Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie es mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 171. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts gehen wir die Sache ein bisschen anders an. Ich bekomme nämlich oft Fragen von Künstlern da draußen, die ich in meinem Podcast einfach nicht beantworte. Entweder, weil ich sie in einer einminütigen Voicemail beantworten kann oder manchmal auch einfach nur in einem einzigen Satz. Und die Antwort hat meistens wirklich mit der Person selbst zu tun. Und heute möchte ich dir dabei helfen, auch zu realisieren, dass niemand anderes da draußen wirklich für deinen Erfolg einstehen kann oder auch da draußen auf deinen Erfolg Einfluss hat. Wenn du jetzt bereits Widerstände in dir spürst, da bin ich anderer Meinung, dann ist die Episode genau richtig für dich. Also hör genau zu, auch wenn es unangenehm ist oder gerade wenn es unangenehm ist oder gegen alles geht, was du glaubst und denkst. Weil ich möchte dir heute mal eine wichtige Frage stellen. Hast du jemals einen ganzen Tag mal dokumentiert, was in deinem Kopf so vorgeht? So, einen Tag einfach mal nichts machen und deine Gedanken beobachten. Da denkst du jetzt, ah, das ist wahrscheinlich, nee, das ist Luxus. Ich habe da gar keine Zeit dafür. Nee, das ist kein Luxus. Das ist absolut notwendig. Genauso wie Zähneputzen. Wir rennen von einem Ding zum anderen, sind nie irgendwie im Moment so, haben ständig Gedanken in der Zukunft, entwickeln dann Erwartungen und Ängste. Wir identifizieren uns mit Dingen, haben Anhaftungen, wollen irgendwie auch unsere Umgebung kontrollieren. Und endlich ankommen, endlich ankommen. Dieser Gedanke, dass irgendwas im Äußeren die Erfüllung im Inneren gibt. So dieser Gedanke, endlich irgendwas anzukommen. Ich bin dann da und dann bin ich glücklich. Dieser Gedanke, wenn ich endlich von der Kunst lebe, dann kann ich mich zurücklehnen. Und ja, wir versuchen irgendwie unser Umfeld mit Mühen zu verändern, aber es klappt irgendwie nicht. Warum? Und ich persönlich muss an der Stelle sagen, ich bin ja auch nicht davon ausgenommen. Ich persönlich habe auch lange gebraucht, um das zu verstehen und habe viele Sachen intuitiv richtig gemacht und intuitiv natürlich auch falsch. Es geht nicht darum, Ziele zu verfolgen, sondern die Person zu entwickeln, die diese Ziele anzieht. Ja, diese Ziele anzieht. Wir sind so bemüht, unsere Umstände zu verändern und dann doch so widerspenstig, wenn es darum geht, sich selbst zu verändern. Wenn wir wollen, dass sich etwas dann auch in unserer Realität verändert, dann, du hast es wahrscheinlich jetzt schon erahnt, dann ist die Antwort, verändere dich. Bleib nicht so, wie du bist. Auf keinen Fall. Das ist ein komischer Spruch. Ach, bleib so, wie du bist. Nee, warum denn? Das ist auch so, was man kleinen Kindern irgendwie sagt. Bleib so, wie du bist. Du bist so toll. Ja, toll. Ja, aber dann bleibe ich immer ein kleines Kind. Weil alles im Universum strebt ja nach Wachstum und will sich ja ausbreiten. Nur wir Menschen suchen ständig irgendwie nach Möglichkeiten und Gelegenheiten irgendwie zu verfallen. Egal, ob es jetzt Alkohol ist oder irgendwie Binge-Watching. Wie gesagt, ich bin davon nicht ausgenommen. Das habe ich alles auch früher gemacht. Ich habe bewusst eben auch meinen Netflix-Account gelöscht bzw. gekündigt. Einfach aus dem Grund, weil mich das halt mega ablenkt. Und ich halt einfach so eine obsessive Persönlichkeit habe, die sich dann halt schnell in solche Dinge verrennt und auch festbeißt. Und dann schaue ich mir halt Alted Carbon, alle Staffeln in einer Nacht an und das ist dann nicht so toll. Und deswegen ist es ganz gleich, ob es die Nachrichten sind, die unnötig Stress in dir hervorrufen und du dich noch tagelang über Dinge dann empörst, statt dich dann um deinen eigenen Kram zu kümmern. Das ist ja das Schöne dabei. Wenn wir irgendwie uns über andere Sachen empören, dann fühlen wir uns so moralisch überlegen, weil wir ja wissen, was man hätte tun können. Oder man dann andere Menschen für ihr Handeln dann verurteilt, während man vergisst, dass man selbst auch nur ein Mensch ist. Oder bewusst dann auch schwierige Dinge meidet, dass es einfach sich nicht gut anfühlt. Nein, ich fühle mich gerade nicht so gut. Wir sind einfach bequeme, emotionale Wesen ohne Orientierung. Klare Aufgabe, außer vielleicht Fortpflanzung. Aber das kann ja jeder. Da braucht es ja nicht viel. Also wenn du willst, dass sich Dinge ändern, dann ist es wichtig, sich selbst zu ändern. Werde besser. Fortere dich heraus. Wenn du schwach bist, stelle dich den schwierigen und schweren Dingen und wachse. Darum geht es ja. Wenn du dich entwickeln möchtest, dann geht es nur, wenn man sich herausfordert. Wenn du zu wenig verdienst, dann verbessere deine Fähigkeiten im Verkauf. Wenn du nichts verkaufst, dann lerne zu verkaufen. Wenn du zu dünn bist, dann iss mehr. Wenn du zu dick bist, dann iss weniger. Wenn du nicht diszipliniert bist, dann mach morgens dein Bett und halt dich an deinen Stundenplan. Wenn du willst, dass sich die Dinge ändern, dann ändere dich. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll ich das machen? So Nico, wie, wie, wie? Wie, indem du halt die Person erschaffst, die genau diese Dinge im Vorbeigehen macht. Ja wie, wie soll ich das machen? Stell dir mal vor deinem geistigen Auge so eine Dia-Show. Und das habe ich mir auch erst vor, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten so wirklich überlegt. Und das ist etwas, was mir sehr gut hilft. Und du merkst ja auch, dass mir das besonders viel Spaß bereitet, auch darüber zu reden. Du brauchst eine Dia-Show, so eine Szenerie, in der du all diese Dinge mit Leichtigkeit und grandiosem Erfolg erledigst. Darum geht es, dass du für dich selber ein Bild erschaffst, deines Selbst, das in der Lage ist, diese Dinge ganz einfach zu erledigen. Und dann machst du dir diese Dia-Show. Wie würde dein idealer Tag aussehen? Wie würdest du dich verhalten? Wie reagieren die Menschen auf dich? Welche Dinge erledigst du? Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Wie reagieren deine Kunden auf deine Kunst? Wie fühlt es sich an, grandiose Kunst zu machen? Wo wohnst du? Mit wem? Was isst du da morgens, mittags und abends? Was machst du in deiner Freizeit? Welchen Einfluss hast du auf die Menschen? Welche Wirkung hast du auf die Menschen, wenn du ihnen begegnest? Beginne einfach mal auf dem Blatt Papier, das alles einfach mal zu skizzieren. Deinen idealen Tag. Und dann kannst du meinetwegen auf Instagram gehen, auf Facebook, auf Pinterest. Oder einfach auf Google. Google Bildersuche. Und dann such dir einfach Bilder und Fotos raus, die repräsentativ sind für genau diese Punkte. Dann druckst du sie dir aus, einfach in Hochglanz und dann erstell dir so eine kleine Mappe mit genau diesen Dingen. Und dann schaust du dir morgens und abends und vielleicht auch mal den Tag über genau diese Mappe an. Und dann stellst du dir immer wieder diesen idealen Tag vor. Das ist so, als würdest du einfach dein Hier und Jetzt verlassen und einfach die Augen schließen. Und auf einmal bist du genau in der Welt, in der du sein möchtest. Träumen. Trau dich zu träumen. Mittags legst du dann nach dem Essen beispielsweise auch mal deine Beine hoch und stellst dir so entspannt wie möglich auch diesen Tag vor. Achte darauf, dass du deinen ganzen Körper auch entspannst. Dass du keine Anspannungen spürst in deinem Körper. Deswegen heißt es ja auch entspannen und nicht spannen. Das ist ja was ganz anderes. Und abends stellst du dir genau dasselbe dann auch vor, wenn du einschläfst. Und morgens natürlich, kurz nachdem du aufwachst, genau dasselbe. Dieser ganze Kreislauf. Achte darauf, währenddessen wirklich, wirklich, wirklich tiefenentspannt zu sein. Und dann funktioniert es auch ziemlich, ziemlich gut. Weil was passiert dabei? Naja, du gibst deinem Unterbewusstsein eine Richtung, in die es dich halt auch führen kann. Wenn du das nicht machst, dann wandern deine Gedanken rund um die Dinge, die bisher passiert sind. Und Dinge, die auf der Basis dessen eventuell passieren könnten, Sorgen, Ängste und Widerstände, naja, die kommen dann halt auch einfach hoch. Irgendwie seltsam, wenn wir einfach der Vergangenheit folgen und die Vergangenheit beeinflusst, was dann halt auch morgens passiert. Dein Gehirn ist letztendlich nur ein Artefakt der Vergangenheit. Und wenn du darauf basierend dann Entscheidungen triffst, die morgen betreffen, dann kann sich ja nichts Neues entwickeln. Irgendwie schwachsinnig, diesen vergangenen Mustern dann auch zu folgen, oder? Also bist du da meiner Meinung? Ich glaube schon, ne? Viel besser wäre es doch, dann so ein Ideal zu kreieren. So wie du das auch in der Kunst warst, ne? Das ist ja ein kurzer Bogen, den ich da spanne. Viel besser, dann ein eigenes Ideal zu kreieren und das dem Unterbewusstsein als Ziel zuzuschreiben. Entspannt, positiv, kontinuierlich und immer, immer realer. Mehr Details, mehr Sinneseindrücke. Dann wirst du sehen, dass du plötzlich so viele Dinge im Vorbeigehen machst. Ganz einfach und schnell, in hoher Qualität. Und dann denkst du dir, wo kommt das alles her? Wo kommen diese Ideen auf einmal her? Warum funktioniert das so gut? Naja, du verdienst mit deiner Energie. Du verdienst mit deiner Frequenz. Und wenn du auf einer gewissen Frequenz bist, wenn du dich sehr, sehr gut fühlst, wenn du mit deiner Energie ganz oben bist, dann wirst du natürlich auch Dinge erledigen und schaffen können, die auf dieser Ebene sind. Einfach, weil du deinem Unterbewusstsein ständig so einen Film vorspielst, der zeigt, was für ein Typ Mensch du eigentlich bist. Ne? Die Vision, die du von dir hast, die ist eigentlich nicht verhandelbar. Die Vision, die du von dir hast, die sollte dein Ziel sein. Und diese Vision sollte realer sein als alles um dich herum. Wenn das Bild im Inneren, das du von dir hast, realer ist als alles um dich herum, dann wirst du sehen, dass alles um dich herum sich auf einmal verändert. Weil irgendwann kann dein Nervensystem nicht mehr unterscheiden, was Realität ist und was Vorstellung ist. Und dann drückt es dich automatisch in die Richtung deiner Vision. Ich würde dir einfach mal empfehlen, mach das mal einen Monat. Entspannt und so bildhaft wie möglich. Details, Sinneseindrücke, viele schöne Gefühle. Stell dir vor, wie es wäre, wenn es, wie es wäre, wenn. Und dann, ja, sei komplett mit dem Gedanken auch im Reinen, dass es eventuell nicht passieren könnte. Ne? Das ist auch der Gedanke. Ne? Das ist so dieser, oh Mann, wäre das schön. Ne? Das ist ein schöner Gedanke. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich da drin wäre? Und nicht dieses, oh, das muss jetzt passieren. Und dann, wo, wo, das passiert ja immer noch nicht. Ja? Also dieses, was man halt gerne dann auch in dieser Law of Attraction-Geschichte immer wieder dann erlebt. Nein, es geht nicht darum, irgendwie ein Bild rauszuschicken ins Universum, sondern sich selbst ein Bild zu kreieren, damit das Unterbewusstsein arbeiten kann. Natürlich gibt es auf der feinstofflichen Ebene bestimmt auch irgendwelche Gesetze, die dem Ganzen dann auch beisteuern. Aber im Grunde genommen geht es ja ganz genau darum, dass man mit sich selbst auch im Reinen ist und im Hier und Jetzt dann auch Freude daran hat, genau das zu verfolgen. Auch wenn der Notast gerade vorbeifährt. So habe ich halt auch die Wohnung, in der ich jetzt sitze, auch zu einem Spottpreis bekommen, in der Nähe von der Donau, für wenig Geld. Einmal habe ich mir was vorgestellt. Ich wollte ausziehen aus der WG, in der ich war. Da habe ich ja noch studiert. Und, oder, ja doch, da habe ich noch studiert. Und da wollte ich halt ausziehen. Dann habe ich einmal, habe ich mich im Internet umgesehen, habe dann eben nichts gefunden. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es denn wäre, in meine neue Wohnung reinzugehen. Habe mir Fotos rausgesucht. Und komischerweise sieht sogar meine Einrichtung so aus, wie auf den Fotos, die ich mir auf Pinterest damals rausgesucht habe. Zumindest annähernd, ne. Zu dem Spottpreis. So habe ich auch diverse Titel im Tanzen gewonnen. Ich war der erste Europäer, der überhaupt bei der Weltmeisterschaft in dieser Stilrichtung mittanzen durfte. Und dann war ich gleich Vize und dann später Gruppenweltmeister mit dem deutschen Team. So habe ich auch aus dem Nichts tatsächlich ein System zum Verkauf von Kunst entwickelt. Da habe ich immer viele Systeme da draußen angesehen. Einfach, weil mich das interessiert hat und weil ich ja auch den Künstler habe, der halt verkaufen wollte. Und dann habe ich mich natürlich umgesehen. Und nichts davon war wirklich zufriedenstellend, weil es einfach nur oberflächlich war. Ja, geh auf Instagram, geh auf Facebook, poste da so viel wie möglich, schreib, was dahinter steckt und dann wirst du schon irgendwann verkaufen. Ja, das ist keine Systematik, das ist Hoffen. Ja, und da habe ich dann einfach aus dem Nichts auch irgendwas entwickelt. Ja, so habe ich auch es geschafft, 2000 Downloads pro Monat für diesen Podcast zu generieren. Ja, ich will nicht damit angeben und ich will auch nicht zeigen, dass ich irgendwie ein Supergenie bin, weil das hat damit nichts zu tun. Es hat damit zu tun, welche Bilder ich mir ständig auch vor Augen führe, welche Dinge in mir selbst realer sind als alles um mich herum. Und diese Methode, die habe ich mir nicht ausgedacht. Ich bin kein Supergenie, obwohl ich es gern wäre. Vielleicht sollte ich mir das mal vorstellen, ein Supergenie. Nee, aber das ist von Dr. Maxwell Malz. Das hat er nämlich entdeckt. Dr. Maxwell Malz war ein Schönheitschirurg, der entdeckt hat, dass das innere Selbstbild darüber entscheidet, wie wir uns selber wahrnehmen. Weil er hat Menschen zum Teil wieder zusammengeschnippelt. Die hatten irgendwie einen Autounfall und dann sahen die total seltsam aus und haben sich natürlich hässlich gefühlt. Dann ist er da hin, zack, zack, zack. Und dann sahen die wieder gut aus. Viele haben sich wieder toll gefühlt, haben sich wieder schön gefühlt, aber manche wiederum nicht. Die haben dann immer noch den Huppel auf der Nase gesehen, obwohl da keiner war. Warum? Weil das natürlich mit dem Selbstbild zusammenhängt. Ja, das hängt mit dem Selbstbild zusammen. Wie siehst du dich im Inneren mit dir selbst? Und in welcher Verbindung siehst du dich mit dir selbst? Da gibt es auch ein Audiobook. Gibt es bestimmt auf YouTube. Kannst du einfach mal suchen. Gibt es auf Englisch. Soweit ich weiß, nur auf Englisch. Aber da kann man ein bisschen Englisch lernen. Auf YouTube einfach mal suchen. Dann kannst du es auch mal downloaden mit MP3 oder YouTube to MP3 Downloader oder sowas. Ich will ja jetzt keine illegalen Sachen irgendwie hier so empfehlen, aber du weißt ja, you know what it is. Dann kannst du dir dieses Audiobook runterladen und dann einfach anhören. Immer und immer wieder. Und dann siehst du auch, worum es dabei geht. Auch diese Hinweise und dann auch diese Methodik. Aber tu mir bitte einen letzten Gefallen. Achte darauf, wie du dich selbst auch bezeichnest. Wie du mit dir redest und was du über dich selbst erzählst. Dein Unterbewusstsein hat keine Möglichkeit herauszufinden und zu dechiffrieren, ob du das, was du jetzt auch sagst, ernst meinst. Wenn du sagst, ich bin so blöd, ich kann das nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin Mathe-Antitalent. Mathe-Antitalent, das habe ich damals immer in der Schulzeit zu mir selbst gesagt mit einem Lachen. Ja, und deswegen war ich ja doch in Mathe richtig schlecht. Heute nicht mehr. Heute habe ich ein bisschen mehr Spaß dran. Tatsächlich. Hoffentlich hören das meine Eltern nicht. Die würden sich wahrscheinlich tot lachen. Ja, und das ist genau der Punkt. So wie du mit dir selbst redest, das ist natürlich entscheidend. Sag nichts, was dich schwach erscheinen lässt. Sag nichts, was dich schwach erscheinen lässt oder erfolglos erscheinen lässt. Immer aus einer positiven Perspektive die Sachen formulieren. Wenn du noch keine Kunst verkauft hast, dann sagst du, ich bin auf dem besten Weg dorthin, meinen Traumkunden zu finden und habe schon das ein oder andere ausprobiert und bin guter Dinge, dass ich eine gute Möglichkeit dabei entdecken werde, meinen Kunstkäufer dann auch zu finden. Ja, und nicht, ich habe noch niemanden gefunden, ich weiß nicht, ob das funktioniert. So diese typischen Sachen. Dein Selbstbild wird auch von dir selbst geschaffen. Dein Selbstbild beeinflusst deine Werte, deine Überzeugungen, deine Eigenschaften, dein Verhalten, deine Umgebung. Sachen wie, ich bin so blöd, haben halt einfach Einfluss auf alles andere, auf alle Bereiche deines Lebens. Viel mehr, als dir eigentlich bewusst ist. Bitte hör auf damit. Ja, ich kann das nicht, es wird mir so schwer, ich bin einfach nicht dafür gemacht und so weiter und so weiter. Dann notiere dir, was du dir ständig sagst und beginne dann genau das positive Gegenteil mit in deine Visualisierung mit einzubeziehen. Zum Beispiel, dass andere sagen, wie kann das nur sein, dass dir das so einfach fällt? Ja, dass von außen, während du diese Szenerie hast, diese Dia-Show, dass Leute dann auf dich zukommen und sagen, es ist so erstaunlich, wie locker und einfach du diese Kunstwerke verkaufst. Ich verstehe das nicht, wie du das einfach ohne Skript und ohne irgendwie lange nachzudenken hinbekommst. Das ist echt bewundernswert. Solche Sachen solltest du dir vorstellen, wie Menschen und dich herum, die genau diese Sachen einreden und dann wirst du ganz genau diese Tendenzen wieder bei dir selbst entdecken. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich würde dir was empfehlen. Mach das mal 30 Tage. Zieh es durch. 30 Tage. Morgens, mittags, abends. Mach dir so eine Mappe und dort machst du deinen idealen Tag und dann baust du da genau diese Szenerien ein. Auch die Gespräche, schreib dir die Gespräche auf, die du dort führst, in dieser Szenerie. Das ist dein, das ist deine Vision von dir selbst. Das ist die Realität. Nicht das, was jetzt gerade passiert. Das, was jetzt passiert, ist jetzt wieder vorbei. Und jetzt wieder. 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 Was Realität ist, ist das, was du in dir trägst. Was immer da ist. Was immer realer auch wird. Mit dem du auch deutlich mehr Sinneseindrücke dann verbindest. Mehr Details. Und mit denen du auch eine positive Emotion dann auch verbindest. Immer schönere Emotionen. Zieh es 30 Tage durch. Jetzt. Am besten. Gleich heute. Geh auf Pinterest. Schreib dir auf, wie dein Tag aussieht. Welche Dinge da währenddessen passieren. Was ist die erste Szene? Was ist die zweite Szene? Was isst du? Und so weiter. Versprichst du es mir? Ja? Versprichst du es mir? Gut. Dann schreib mir nach ungefähr 30 Tagen dann mal auf Instagram unter atikonschmiede und erzähl mir, was sich so bei dir verändert hat. Wirklich. Das ist so simpel, dass es die meisten Menschen da draußen nicht machen. Und die meisten Menschen drehen sich dann halt weiter im Kreis und wundern sich, warum sie keinen Millimeter vorankommen. Einfach, weil sie nach den selben Vorstellungen leben, wie sie gestern hatten. Und nicht nach der Vorstellung, die eigentlich in ihnen einfach schon immer brodelt und immer schon nach mehr Feuer bedarf. Dieses Feuer musst du halt schüren. Und das geht nur, wenn du diese Vorstellung, diese Szenerie, diese Dia-Show deines idealen Tages dann immer und immer und immer wieder dir vorstellst. Morgens, mittags, abends. Leg die Beine hoch, entspann dich. Morgens gleich, wenn du noch in den Theta-Wellen bist mit deinem Gehirn. Dann gibt es ja so gewisse Wellenfrequenzen, in denen eben dein Hirn arbeitet. Wenn du früh ausstehst, bist du in den niedrigen Alpha-Wellen, manchmal auch in den Theta-Wellen. Aber da bist du einfach zu suggestierbar. Da kannst du eben auch sehr, sehr schnell in die Meditationen relativ schnell kommen. Auch abends, wenn es dunkel wird und dann langsam Melatonin ausgeschüttet wird, dann geht natürlich auch die Hirnfrequenz ein bisschen runter in die Theta-Wellen und niedrigen Alpha-Wellen dort dann auch nochmal sich das vorstellen. Kurz bevor man einschläft, nochmal immer und immer wieder diese Dia-Show durchlaufen, immer und immer wieder. Und dann wirst du merken, dass komplexe Probleme keine komplexen Lösungen brauchen, sondern simple Lösungen. Und die Lösung ist, stell dir vor, wie dein idealer Tag aussieht. Keep it simple. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und schreib mir mal in 30 Tagen, wie es ablief und welche Erfolge du erzielt hast. Ich bin gespannt. Bis dann!